Zwei Jahre sind seit der großen Schlacht vergangen, in der sich die Marine und die Samurai der Meere mit den Whitebeard-Piraten erbitterte Kämpfe geliefert haben. Dies ist die Insel Ruskaina, nordwestlich von Amazon Lily. Ja, ich komme. Die Zeit verging rasend schnell. Ich bin zwei Jahre hier gewesen. Hey! Lass sie in Ruhe, sie ist eine Freundin. Raffi? Das Schiff ist zum Ablegen bereit. Wir können jederzeit im See stechen. Gut, danke. Seht ihn euch an. Er ist zweifellos der Boss auf der Insel. Ich habe mich im Laufe der Zeit mit den Biestern angefreundet und kann sie deshalb nicht auf den Grill legen. Obwohl sie bestimmt lecker wären. Mach dir keine Sorgen, Raffi. Auf dem Schiff stehen alle deine Lieblingsspeisen bereit. Ich werde sicher eine gute Ehefrau abgeben, so aufmerksam wie ich bin. Ich heirate dich nicht. Danke für den Proviant. Oh, Raffi. Ich liebe es, wenn du so schroff zu mir bist. Rayleigh ist ja schon vor einem halben Jahr auf Sabaoli Archipel zurückgekehrt. Ich bin sicher, dass er dort auf dich wartet. Ja, ich habe mir die Grundlagen des Haki in eineinhalb Jahren drauf geschafft. Jetzt muss ich mich von euch und der Insel verabschieden. Also gut. Los geht's!